Waren Schwerter im Mittelalter jetzt eigentlich scharf oder stumpf? Hallo liebe Freunde des Mittelalters, hier ist Alos, das Schandmaul auf KWR TV und ja, da kam die Frage, waren Schwerter im Mittelalter scharf oder stumpf? Ja, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, meine eigenen Gedanken mit einfließen lassen und das Ergebnis ist, eigentlich waren sie scharf. Es ist jetzt so. Man kann sich es vorstellen, dass die Waffen stumpf gewesen seien, weil man kommt ja mit einer scharfen Waffe sowieso nicht durch ein Kettenhemd, man kann damit eh nicht durch einen Plattenpanzer durch und so weiter und so fort. Dann sollte man sich aber vor Augen führen, erstens, wie viele Leute hatten Kettenhemden, wie viele Leute hatten Plattenpanzer und zu guter Letzt, wie viele Leute hatten überhaupt Schwerter? Aufgrund von Hollywoodfilmen und diversen anderen Sachen wie Comics und so weiter ist so das Schwert die Standardwaffe. War sie aber nicht. Also Schwerter, also gut, bei 1000 Jahre Mittelalter kann ich nicht einfach sagen, so war sie nicht. Aber in der Regel war es so, dass also Schwerter teuer waren. Dafür waren sie aber in der Regel aber auch gut. Ja, also man hat versucht, das Gewicht gering zu halten. Gericht gewinnen, so ein Schwachsinn. Also das Gewicht gering zu halten, das heißt, die Schwerter haben circa um einen Kilo gebogen. Also so von 650 bis 1400 Gramm für ein normales Schwert. Und ja, wenn ihr denkt, das ist aber verflucht leicht, ich habe mir das immer schwerer vorgestellt. Zum einen richtig, das wird einem sogar bei Museumstouren bzw. vor allem auf Burgen bei irgendwelchen Touren von irgendwelchen Kunsthistorikern eingeredet, dass die Schwerter so schwer gewesen sein, aber das stimmt natürlich alles nicht. Nur andererseits, versucht mal nur eine Masse Bier, die auch jetzt halt ein Kilo plus ein bisschen mehr wiegt, ausgestreckten Arm zu halten. Ist auch nicht so leicht. Es ist alles auch eine Frage der Technik, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Die Schärfe der Waffen war von dem, was ich jetzt so nachgeschaut habe, gegeben. Wie scharf, also Rasiermesser scharf, noch schärfer, möchte ich jetzt hier nicht beurteilen, weil ich dazu nicht in der Lage bin, das ordnungsgemäß zu tun. Und ich will euch kein Schwachsinn erzählen, das ist klar. Solltet ihr andere Informationen haben, schreibt es unten in die Kommentare, weil dann können wir die Quellen gleich nachprüfen, wenn ihr einfach nur Hörensagen habt. Dann könnt ihr auch das reinschreiben, aber dann diskutieren wir mal drüber, wie die Quellenlage so ist. Wenn jemand sagt, ja, aber man hat Funde gehabt von Schwertern und da war nichts mit guter Schneide, dann ist die Sache, die scharfen Teile waren meistens aufgeschweißt und ein anderer Stahl und der verrottet schneller und deswegen ist das halt manchmal nicht mitgefunden worden und schaut total zu fressen aus und das sollte man auch irgendwie mit einberechnen. Ja, jetzt habe ich viel Wust euch vor die Füße geklatscht, aber Grundaussage, meiner Meinung nach waren die Dinger scharf. Zweitens, sie waren einfach viel, viel seltener, als die Leute glauben. Klar, im Fantasy-Spielen hat man immer sofort erstmal ein Schwert und das ist eigentlich dann die mistige Waffe, außer man hat dann ganz tolle Schwerter, ja. Aber im Endeffekt hatten die Leute zum Kämpfen Äxte. Man darf nicht vergessen, sehr viele Leute im Krieg waren Bauern. Was machen die mit einem Schwert? Wer kann sich das leisten, die Leute alle mit Schwertern auszurüsten? Auch eine gute Frage, ne? Also, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr denkt, Mann, der Kerl redet Schwachsinn, gebt von mir aus einen Daumen nach unten, aber schreibt mir in die Kommentare, was ihr auszusetzen habt. Vielleicht lerne ich ja noch was dazu. Und ja, in diesem Sinne, Abo, Button, Videos, wir sehen uns bis die Tage. Tschüss, euer Arnold.